Musik Oh, die flitzt man jetzt. Ich fang jetzt an zu heulen, ne? Ich fang jetzt an zu heulen, da haben jetzt halt geklopft alle. Und? Danke. Tschüss. Euch ist ganz besonderes, ganz besonderes. Ich habe euch was ganz besonderes mitgebracht, schau mal. Im Rahmen unserer 40 Jahre Jubiläumsaktion, die Feierabendung. Und da ihr insgesamt, du bist 40 Jahre dabei, wir haben 30 Jahre, 70 Jahre, das ist ein ganz besonderes Ereignis. Und das möchten wir in Ehren halten. Und auch für euch, ihr bekommt Ehrenmitgliedschaft. Schönen Dank. Und ihr dürft überall trainieren. In der ganzen Region. Ihr könnt euch 70 Clubs aussuchen. Und ihr dürft überall trainieren. Ja. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Vielen, viel, viel Spaß bei der Ereignis. Sagen wir mal. Ich noch nicht mehr. Wir können sie auch haben. Ja, bitte, bitte. Toll. Das macht ja ganz toll. Wir sind vorhin. Wir sind vorhin für alle. Überatmen. 50 Jahre. Das erfüllt mich mit Zufriedenheit. Das macht mir Spaß. Das gibt auch meinem Beruf einen Sinn. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Das war in einer Gaststätte. Und das war tatsächlich vor 40 Jahren. Und er ist natürlich damals auch schon aufgefallen, weil er so ein bisschen Hühner war. Das war... Und er hatte mir geklagt über seinen Gesundheitsbereich. Und da hatte ich ihm empfohlen, doch zu uns zu kommen. Und habe ihn eingeladen. Und aus dieser Einglade ist jetzt schon 40 Jahre vergangen. Und er ist wirklich zufrieden. Das macht auch Spaß. Was ist das? Weil wir ein umfassendes Angebot haben. Von jung bis alt. Und der ganzen Familie. Ein entsprechendes Angebot haben. Also von Kinderschwimmen bis zum Senioren-Sport. Yoga, Ausgleich, Balance, Training. Also es ist für jeden etwas gewirkt. Und auch eine attraktive Reise für verschiedene Altersgruppen. Ich glaube, das hängt mit unserem Grundverständnis zusammen. Dass man sagt, was meine Philosophie ist, Kundenzufriedenheit kommt für Geld verdienen. Deswegen ist es mir immer wichtig, erstmal den Kunden zufrieden zu stellen. Und wenn es gut ankommt, kommt auch automatisch etwas zurück. Und das ist unsere Philosophie. Und das ist eine sehr gute franchisee. und das ist eine sehr gute Ausbildung. Untertitelung des ZDF, 2020